um die starke so die kommt noch da und dann ich hätte auch einfach mit Schiff setzen können ist mir jetzt egal ich weiß die alte ich würde ich hasse das immer wenn ich meine Kraft spiele und danach Terraria diese Umgewöhnung und danach wieder Minecraft und dann wieder Terraria und dann immer mit rechtsklick links klick setzen Inventar öffnen schreiben sich schwer ich habe mich bis jetzt dran gewöhnt ich habe lange nicht mehr Minecraft gespielt muss ich gerade sagen ja ich fack dir immer so ein Typ ab der hat mich sogar abonniert also wenn er das hier sieht das ist nicht ernst gemeint aber es nervt auch der Ort der sagt dann immer Minecraft und ich bin gerade irgendwie an Terraria und dann sage ich immer nein und irgendwie habe ich insgesamt keinen Bock ich mache mir mal Rüstung ja ich habe eine Holzrüstung guck auf die Holzrüstung wenn ich so weiter Eisen versammle dann habe ich auch gold eine Eisenrüstung cool schön für dich soll ich jetzt applaudieren ja das mache ich aber nicht ja auch Mann oh ich habe ein langen Schwert oh das ist trotzdem irgendwie recht kurz ey wenn man bedenkt mit unseren heftigen Accounts haben wir immer auf Fernkampf gekämpft und ich bin es gar nicht gewohnt jetzt die ganze Zeit zu schlagen und Schaden zu bekommen ja Mann wie so bist du denn weg ich hasse dich ich hasse dich ich hasse dich bist du jetzt bei mir gerade gegangen na was bist du gerade zu mir gegangen nö wie denn keine Ahnung ich dachte ach so geh mal in Team Rot fällt mir gerade auf ach so ähm ja mach ich gleich weil ich muss nein du machst es jetzt schon schlimm genug dass du nicht am Haus geholfen hast du mach es jetzt gut dann gehst du jetzt na ich geh doch schon Alarm Armee bitte da vortreten ach ne ich will ey du bist da unten hast du den Gang nach unten gebaut oder bist du durch eine Höhle ich geh gerade durch eine Höhle weil das ist richtig schwer mit diesem Gang nach unten zu bauen ohne auszurasten genau aber ich mache es gerade einfach nur aus Loyalität und du machst nix ey ah Dämonenauge ach scheiße ich hab nix ich hab keine Klappen mit um wieder hoch zu kommen ich hab noch äh ich hab gerade diese komischen Seile gefunden diese Robes cool okay ich kriegst nix dankeschön nix 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 ich bin voll der Streber ich hab gestern nach eins geschrieben du bist da durchgegangen ok ich hab gestern für sie äh ah du hast schon Schule Hanub was du hast schon Schule ja ich hab erst morgen Schule wir hatten wir hatten heute ne Physikarbeit geschrieben und da bin ich halt an der Tafel gekommen ne ja cool auf jeden Fall wollte ich auch noch sagen dass äh dass hier kein festes äh festlaufen feste Zeitenprojekt wird sondern immer wenn wir irgendwie einen Ersatz brauchen oder gerade wirklich Lust haben das hochzuladen laden wir es hoch weil ich nicht jeden Tag Zeit habe das aufzunehmen und dann ist irgendwie bis noch Nacht bis noch Nacht ich weiß nicht und das ist dann irgendwie bisschen scheiße wenn das dann regelmäßig kommen muss und ich das vergesse und ah dort bist du Mann mein Tunnel ist komplett dunkel ich seh einfach nix ich hab nur äh ich hab Fackeln ja bau dich mal nach oben ach scheiße wir haben ja beide keinen Haken ich hasse es ich hab ich hab Ropes ich hätte hier unten sogar die Sachen für ah ich kann mir Fackeln einfach so machen ich dachte dafür braucht man eine Werkbank hallo ich hab ähm cool bist du guck mal ja ich hab Ropes na und komm runter komm runter komm runter du Frax guck mal 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 ok warte mal ha 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 nee das ist nicht die äh ja nie die ja ja nee 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 hörst mir doch äh ok ich kann ich kann ich kann nicht ach nee 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 danke oho aua nur zusammen können wir die zurückweichen aaaaaa ok schön du willst gar nicht wissen wie viel Eisen ich schon habe doch will ich 82 geil musst du noch zu Barren brennen oh ja geil ich hab 12 Eisenbahnen und 16 Kupferbahnen waren jetzt gerade wie denn das na ich hab die in der Kiste gefunden das geht doch natürlich und ich finde gerade voll viele von diesen äh äh Vasen die man kaputt hauen kann ich liebe die Teile einfach da renne ich immer mit dem Schwert durch nein nein ich wird sterben hier ist ein Auge ha 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 ich hab was gefunden irgendwas komisches cool dein Penis mit Scherz ähm gibt es jetzt im Untergrund äh schreibt mal bitte in die Kommentare wenn ihr es wollt ihr müsst es nicht ähm gibt es im Untergrund kann man da jetzt safes finden oder bin ich jetzt im ne kann man nicht warum ist ja dann einer was geht denn jetzt bei dir ab ey ich bin gerade fast runtergefallen natürlich baue doch mal äh holzklappen rein wenn du schon mal oben bist na ich bin noch nicht ganz oben ich bin äh ich bin alter als ob du jetzt komplett runter kommst nein du gehst jetzt nach oben und baust die holzklappen ich hab das Haus gebaut okay okay ich bin okay ich bin okay ich bin okay ich bin okay ich hab auch meine ganzen Ropes erstmal weggeschmissen äh aus Versehen auf dem Boden nicht ganz weg jetzt müssen wir auch noch Ropes gehen du 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 ist echt schlimm ey aber warte hast du den äh Ganghoeren Rope gebaut ja ja dann ist okay dann können wir das benutzen hui hä was ist das nee jetzt bin ich runter gesprungen oooooh jetzt kann ich mich wieder mit Ropes Rook äh hoch bauen ey ich brenne erstmal mein Eisen ja kannst du ne Truhe bauen ich hab kein Holz mehr dazu gehabt ich hab Truhen mitgenommen ja ich meine damit du damit wir unsere Sachen saven können ja ich hab doch äh Thron mitgenommen achso das meinst du hm also zwei Water Tests haben wir und zwei normale maa ich kann nicht mehr über Wasser laufen das stört mich ja und ich hab noch solche äh 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 ich wird sterben das war ziemlich dumm was ich hier gemacht hab ach genau ich hab meine ersten aus äh meine ersten Ausrüstungsteile cool denn was drei hab ich ich hab meine ersten drei Ausrüstungsteile hilf mir wo denn wo es stinkt bei dir in der Hose ha 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 das war jetzt richtig krass oh ne jetzt werde ich aber auf jeden Fall trinken ach ok doch nicht ok ok doch nicht ok gut wir haben genug hier unten gehts nicht mehr weiter äh wo dein Gang war ich bin grad am überleben mich runter zu bauen ähm kannst du mal kurz hochkommen ne kann ich nicht ich hab hier nämlich grade in der Seite so ein Safe gefunden ne ich mach jetzt das gleiche wie du ne ich kann nicht hast du den irgendwie mitgenommen oder nein ok ah ich hab noch Sachen im Safe aber nicht mit diesem Account ok ist gut ist gut ich hätte so gerne einen Höhlenforscher trank Eddie Eddie das fragt richtig ab jetzt ne ja erst mal die ganzen Rohstoffe wieder fahren äh Eisen cool ähm ich mache uns gleich weil ich kann einen Ofen weil das kann und einen Amboss cool Mal was geboten wozu brauchen wir ihre Am限 ACHE ich sollte ich nicht so laut werden ... und nein jetzt habe ich Musik aus dem bekannten... ähm... äh... hier ausmimmiban am Kevin ich habe die immer geschützte musik aber ich glaube das nicht wenn ich die singe sondern nur wenn ich spiele ich habe feiern wird gesungen in meiner folge geht es dann gleich weiter ich speichere diese erst und dann ist dann ich auch